Mein Arbeitgeber ist die BIC, die Bundesimmobiliengesellschaft. Wir haben ein großes Immobilienportfolio, hauptsächlich Universitäten, Schulen und auch Spezialimmobilien. Ich arbeite als Service Manager Group und bin für verschiedene Standorte verantwortlich mit meinem Team und betreuerdeutige Technik. Ich bin für die IT zuständig, speziell für den Bereich IT-Support. Wir servicieren alle unsere 1.100 Mitarbeiter in der IT für sämtliche Fragen, die sie haben und Probleme. Meine Position im Unternehmen ist im Asset-Management im Unternehmensbereich Universitäten. Der Bürostandort in der Traberinstraße ist perfekt öffentlich angebunden, das heißt mit der U2 ist man in Kürze vor Ort. Mein Arbeitsplatz ist sehr hell ausgestattet, also wir haben große Fenster, haben elektrische verstellbare Tische, moderne Monitor, also unsere Ausstattung ist sehr modern. Wir haben auch Mitarbeiterrabatte, zum Beispiel in Apotheken, die wir nutzen können oder Gutscheine, die wir günstiger erwerben können. Wir bekommen auch einmal in der Woche einen Obstkorb, prall gefüllt mit verschiedenen Obstsorten und es gibt auch ein Sportangebot von der PIC, wo sich verschiedene Mannschaften gegründet haben, wo man auch aktiv teilnehmen kann. Mitarbeitervorteile in der PIC, die schätze ich sehr. Es gibt den sogenannten PIC Baby Day, da wird die ganze Familie eingeladen in die PIC, sie kann zuschauen, wie wir arbeiten. Bei der PIC hat man sehr gute Karrierechancen, wir haben auch schon selber in unserem Team Mitarbeiter entwickelt und man kann hier wirklich als Servicetechniker in meinem Bereich anfangen und sich hocharbeiten zum Standortleiter, Standortkoordinator bis zum Servicemanager und so weiter. Angefangen habe ich als normaler Support-Mitarbeiter und es hat sich sehr schnell ergeben, dass ich eigentlich in eine speziellere Rolle hineingeschlüpft bin. Und ich bin auch speziell für die Geschäftsführer zuständig und sämtliche Leiter, dass wenn sie Probleme haben, dass ich auch natürlich für sie persönlich da bin, dass sie auch eine persönliche Ansprechperson haben. Ich finde die PIC an sich ein wirklich cooles Unternehmen, auch weil sie einen Mehrwert einfach für die Gesellschaft gibt. Die PIC steht für einen stabilen Arbeitgeber, die ist sehr zukunftsorientiert, vor allem eine Digitalisierung machen wir unglaubliche Fortschritte und ist für mich ein Top-Arbeitgeber. Die PIC ist für mich ein verantwortungsvolles, nachhaltiges und familienfreundliches Unternehmen.